So, hier kommt ein Liefersteller und eben sogar Martina. Bei Martina natürlich eine SEMA Kandelhunderasse, elegant, formschön, schnell, ausdauernd, ursprünglich und laufend. Bei Martina, wie der Name schon sagt, und wenn er dann schnell das Maskottchen der Feuerwehr übernimmt hat, aufgrund seiner Schwimmheit, seiner Auffälligkeit, dann hat er die Art nicht so gut wie nicht mehr verwendet. Er ist trotzdem ein vielseitiger Honig, wie der Unterortübungen machen kann. Ich wünsche mir die Herkmalis.